Und die Juroren waren schon unterwegs. Unsere Schirmherrin, die Rita Paupe, hat mit einer ganzen Crew hier schon zusammen die Suppen verköstigt und die sitzen schon da und haben schon ihren Preis ausgesucht. Aber auch das Publikum und die Kinder dürfen extra werten. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß und auf geht's zur Suppe! Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.